Okay, ihr könnt sehen, ich habe auf 1.16.5 geupdatet, ne? Nach endlich, äh, nach Wochen mal. Ich glaube, drei Wochen oder so ist das schon draußen. So, und ich will jetzt Level formen. Ah ja, das da darf ich gar nicht mehr verwenden, ne? Hm. Ich muss das irgendwo in eine Kiste stellen. Ah, nee, warte mal. Komm mal her, Creeper. Du sprengst mir jetzt mal die Elytra weg. Ja. Denn ich habe die nicht verdient. Nein! Ey, dümmer hätte es schon wieder nicht laufen können, ne? Das ist wieder typisch Tiny Craft Tech 8. Das ist typisch. Es läuft alles beschissen. So, ein Müll. Jetzt habe ich wieder keine Erde, ey. So, da Lichter rein. Hier. Hm. Ich habe nicht mal eine Schaufel, ich habe gar nichts gerade. So, ein Müll. Ah, ich will jetzt eh in den Nether gehen und ein bisschen farmen. Und zwar mit der Pickaxe. Ähm. Da brauche ich eine Rüstung. Aber wir fangen heute mit einer Eisen an, ey. Hatten wir ja noch nicht. So, das tue ich erst mal weg. Dann hier. Ah, nee. Ich muss die einzeln reinziehen. Nicht, dass ich hier mehr 10 Helme craft oder so. So. Dann. Fleisch. Hier. Bisschen Eisen nehme ich mit. Kohle auch. Ich muss mal Kohle holen, ey. Ohne Witz. Nö. Vor allem brauche ich noch Essen. Na gut, das kriege ich schnell. Ähm. Brot. So. Aber viel zu leise die Sounds, ne? Machen wir mal so irgendwie. Blöcke hatte ich hier. Das nicht. Hatte ich einen Redstone. Hier einfach. Okay. Blaze Wads. Mal sehen, wie ich das mache. Wo hatte ich denn hier so andere Items? Ah ja, hier. TNT noch. Hm. Ah, jetzt wird's Nacht. Ah, ich glaube, ich gehe im Netter fahren. Das ist effektiver, ne? Denke ich mal. Ja, mal sehen. Ja, und das werfe ich jetzt erst mal weg. Äh, das war so vereinbart. Hab ich noch Holz dabei? Ich hoffe. Oh lol, Katzenfutter ist cool. Schreibt gerade was. Hallo. Ja, moin. Ah, ich brauche noch ne Workbench. Beziehungsweise, äh, Dings. Wo geht's hier eigentlich hin? Ach, da ist ne Form. Ich mag Gabeln. Warum steht da Hallo, Hallo, Hi, Hey, Hey, Ho, Hello. Hä? Hm. Okay, ist hier schon was? Da hinten. Ist es AFK-Raum? Keine Ahnung. Sieht aber nicht so aus, als wäre da viel. Die Frage ist, wo geht's hier hin? Hm. So, hier geht's anscheinend zu ner Farm hoch. Wir verlangen staatlich zertifiziertes Premium-Futter für Signal 90 TMLP. Hä? Wer essen Katzenfutter ist cool. Ah, das Ding ist noch nicht fertig da oben, ne? Hä, wirken am Jürgen? Moin. Lol. Du warst ja ewig nicht da. Ja, dich wollten wir nämlich noch fragen, ob du hier mitmachen willst bei Tiny Craft Attack. Ne? Das ist so ein Vanilla-Projekt. Ach ja, du kennst ja eigentlich... Oder ne, warst du bei TinyCR7 dabei? Das lief zwar aus dem 19. Ich glaub, Kurzeier mit St. Maktimus. Klar. Na, stimmt. So, äh... War bei irgendeinem dabei. Ja, genau. Das war TinyCR7. Und dann noch kurz bei Mini-CR5. Das war dann noch ein anderes. Aber ja, jetzt läuft auf jeden Fall TinyCR8. Und ja, da wollte man dich noch einladen. Ne? Oh, lol. Was geht hier eigentlich? Äh... Na, dann geh ich irgendwie unten farmen. Ich brauch ja Level. So. Katzenfutter ist cool. Ja, das ist mir auch noch ein Rätsel. Wie oft wirst du immer von Rietse getötet. Ja... Das ein oder andere Mal. Ist auf jeden Fall heftig. Bisschen. Na, ich kann ja mal gucken hier. Statistiken. Ah, hier. 80 Mal von Spielern getötet, ey. Ah, der Gast, der mich einmal getötet hat. Das war dumm. Da hab ich nämlich wieder übelst viele Items verloren. So. Wo geht's denn runter? Hier. Okay. Gabeln. Hä? Okay. Ah, hier. Gleich mal mitnehmen. Für Level. Ich will nämlich jetzt mal wieder eine Quarzformtour machen. Beziehungsweise ist es eigentlich das erste Mal, dass ich das mach. Ich glaub, Löffel haben nur einen Zweck. Augäpfel... Oh, uff. Okay. Äh. Das sah ein bisschen übertrieben, oder? Oh. Ach. So. Ja, wie sind denn hier die Koordinaten? Eigentlich 0, 0. Okay, das ist gut zu merken. So. Geht's hier noch irgendwo raus? Oder nur da hinten? Den Ausgang kenne ich ja schon. Ja, also Jürgen am Mürgen. Vielleicht können wir, äh, dich mal... Vielleicht kannst du mal Freitag oder so Discord. Das wär ganz gut. Also da könnte ich dich so ein bisschen einführen hier ins Projekt. Ne? Oder Samstag, je nachdem wann geht. So. Ja, auf jeden Fall, wir haben vor, das Projekt noch ein bisschen laufen zu lassen. Also ich auf jeden Fall. Damit ich, äh, auch auf 100 Folgen komme. Für YouTube. Das wär mal ein Ziel. Und ja... Also zur Zeit hab ich irgendwie Pan 30. Und das Projekt läuft jetzt seit... Ja... Sechs Wochen oder so. Oh, ey. Jetzt greifen die mich an, weil ich keine Goldrüstung hab. Ich glaub's nicht. Ach, ich will nicht wieder die Orientierung so verlieren. Das ist nämlich hier immer schlimm. Machen wir mal so hier. Ah, hier ist Quartz. Okay, ist hier sicher? Ich hoff's mal. Ich baue mich mal hoch. Äh, okay. Kam nix Neues im Chat. Ich hab überhaupt mal wieder einen aktiven Chat. Das hat mich, äh, gewundert heute. Auch schön im Wald. Stimmt, hier kriegt man jetzt auch Level raus. Oder? Müsste eigentlich. Ich versuche auch hier ein bisschen was mitzunehmen, damit ich, äh, Netherbricks noch bauen kann. Genauso können wir... Na gut, hier kann man die, kann man nicht umcraften. Ich esse fast alles mit Gabeln. Meine Suppe esse ich... Am liebsten mit Zügen. Und meine Löffel... Esse ich am liebsten mit einem Messer. Äh... Moment mal. Ist das möglich? Cringe. Na. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber, ja, ich find's lustig. Weg damit. Klar ist das möglich. Okay, und wir? Wie willst du eine Suppe mit Zügen essen? So. Feuerzeug. Okay. Da fragt man sich, was los ist. Alles ist möglich mit der neuen Waffelgun. Hä? Kenn ich jetzt nicht. Vielleicht ist das aus Fortnite, aber... Keine Ahnung. Ich hab das Spiel ewig nicht gezockt. So. Die Shroomlights würde ich mir nochmal holen. Warte, das Reis schon weg. Ich dachte, er würde jetzt auch streamen. Achso, den Eindruck hat's gemacht. Kann man die mitnehmen? Ja. Okay. Kann man hier eigentlich das... Ne, das geht nicht. Na gut, das kann man mal mitnehmen. Warum nicht? So. Okay, Level 10 bin ich immerhin schon. Ja, ich weiß nicht. Hast du überhaupt das mitbekommen vom Netter-Update hier? Jürgen Ambeuro. Also was da so alles neu ist. Die ganzen Netter-Sachen hier sind ja... ...jetzt dazu gekommen mit der 1.16. Und das ist eigentlich schon ganz gut. Boah, ey, nein. Ist das so ein Boot? Sieht aus, ne? Och. Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt hier vorkommen. Ist ja ekelhaft. Ja, ich seck mich mal hier mit rüber gleich. So halb. Okay, also ein bisschen, das weißt du schon. Okay. Alles klar. Oh, oh. Okay. Hier ist ne gute Schlucht, da können wir fangen. Und hoffentlich sind da nicht solche Viecher auch. Kaufen sie jetzt. Okay. Die Waffelgun. Aber warum habe ich gerade die Annahme, dass du Reis bist? Das ist schon ein bisschen komisch, dass du hier, wo du ingame warst, nicht geschrieben hast. Und wo du weg bist, schreibst du wieder. Zu 109 Prozent. Okay, was jetzt? Die Waffelgun. Das ist doch der blanke Wahnsinn. Mit passendem Aufsatz für Schuhe. Dass das Ritze ist. Achso. 109 Prozent. Na ja moin. Vor allem Ritze. Es gibt übelst wenig OP hier, das Gold. Äh, EP. Oder XP. Ich mag es immer nicht, das EP zu nennen. Irgendwie nervt das. Okay. Da hoffen wir mal, ich sterbe hier nicht. Das wäre unschillig. Mein Name ist Gabelkatze. Alright. Na, du wirst es uns nicht verraten. Ich merke schon. Ich verkaufe Waffelguns. Hä? Aber ich glaube nicht, dass es Ritze ist, weil ich wüsste nicht, wie er auf so ein Thema kommt. Das ist irgendwer anders, der mich kennt. Nein! Oh. Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Das passiert immer wieder. Ich verliere alle meine Items. Okay. Nächster Anlauf nächste Woche wahrscheinlich. Da versuche ich mich wieder von Null hochzufahren. Jetzt hatte ich schon wieder was mit. Jedes Mal investiere ich wieder Sachen aus meinem Bestand, die ich noch im Lager habe und verliere alles. Das kann nicht wahr sein, wirklich. Oh. F. Ja. Ey, jetzt fucken die noch die Skelette ab. Ich glaube es nicht. Wehe, du explodierst. Alter. Verwirrt. Ich bin ein fast 13-jähriges Mädchen mit zu viel Fantasie, was unglaublich gerne kleine Streamer verwirrt. Okay, was? Okay, erstmal hier schlafen gehen. Dann, oh, es leckt. Ja, hier leckt es echt immer, deswegen dem Atomkraftwerk, glaube ich, weil hier ist es flüssig. Ach, da lang. Stark. Wo bin ich denn jetzt lang? Hier hinten, ne? Vor allem, ich habe nichts. Ach, so ein Müll. Dann bin ich da hoch, ne? Zumindest habe ich mir heute mal gemerkt, wo ich lang gegangen bin. Da ist Ritze wieder. Ja, moin. Hä? Och, ey. Hier, irgendwie bin ich dann durch den Wald, das weiß ich. Und dann... Ach, scheiße, Mann. Slashback, ach ja. Oh. Rate mal, was jetzt nicht mehr geht. Warte mal. Das kann ich zumindest nutzen. Ich weiß ja noch ungefähr, wo ich war. So, kurz ein Schwert. So, Slashback. Bisschen wahrscheinlich der letzte für heute bei. Achso, der letzte, äh, den du verarscht. Ja, moin. Jetzt war's das mit Waro. Na, das ist ja kein Waro zum Glück. Na, Tiny Waro 3 Training muss noch, äh, verfeinert werden. Hä? Äh. Ach, ich weiß nicht mehr, wo ich lang bin. Doch, obwohl, doch. Ich bin dann hier runter. So, und dann... Hier. Hier sind meine Items. Okay, Spitzhacke hab ich schon mal. Dann hol ich mal mein Nether Rack. Hauptsache, ich hab die Shroomlights, ey. Mann, ey. Ich fahr mir immer alles mögliche zusammen und dann ist es für den Arsch. So, wo bin ich denn gestorben? Da oben. Okay, das hatte ich auch noch nie, dass ich zumindest mal einen Teil meiner Items wiederkriege. Also, es ist sehr lange her. So, wieder Level verloren. Wieder hab ich nichts geschafft. Ey, Heizmaul! Oh! Heizmaul! Es ist wirklich nicht mehr lustig. Ja, jetzt verliere ich wieder meine Items. Jetzt mache ich Slashback. Ey, wieso nimmt er jetzt meine Items, ey? Das kotzt mich an. Ey, wirklich, es ist immer was anderes. Entweder ich sterbe halt und verliere alles wegen dem Scheiß-Keep-Inventory aus oder jemand anders fuckt mich ab. Und, äh, ich verliere deswegen alles. Es ist wirklich, das Projekt macht mir einfach keinen Spaß mehr. Hä? Was ist das denn jetzt? Ey. Jetzt muss ich mir eine Holzspitzhacke holen da unten. Na, wir kommen in der Steinzeit. Ey, was ist denn jetzt? Hallo? Kann das mal aufhören? Das war eine Quest, nee. Jetzt kommt ja noch ein Ghast. Und sprengt mir aber Holz ab. Immerhin. Ey, wieso? Ey, ich hasse das. Diese komischen Moves ja immer. Du weißt, dass ich das hasse. Und dass ich auf sowas allergisch reagiere. Jetzt kann ich hier als Brennstoff nutzen. Ah, hier habe ich noch Kohle. Ich habe schon gefragt, warum ich so wenig habe. Hier ist noch ein netter Ziegel. Jetzt kommt man da rüber. Okay. So, das Quarz kann ich schon mal hier reintun. Das komische Eisen. Ach ja, meine Rüstung fehlt noch. Ah, lol. Die Rüstung. Das ist genau das, was ich brauche. Okay, ich tue mal hier die andere Rüstung als Ersatz da rein. Oh, 16 netherite. Lol. Okay, tue ich direkt mal rein. Voll geil. Ja, danke auf jeden Fall. Aber Level farmen muss ich auf jeden Fall auch noch. So Pilzlicht. Das kann hier rein. Okay, da. Sicher, dass du Level farmen musst. Oh, danke. Als ob. Okay, warte, ich gehe erst mal nach Neukosovo. Dann entscharn dich ein bisschen. Damit du jetzt hier endlich was schaffst. Oh ja, ey. Ich komme ja wochenlang nicht voran. Das ist jetzt schon der siebente Stream oder der sechste. Ne, der siebente, glaube ich. Was ist eigentlich gerade passiert? Weiß ich nicht. Ich bin gestorben. Das war komplett doof. Bist du wieder verbrannt? Ja, in Lava. Einfach so. Die Lava kam von oben. Ich war gerade am Abbauen. Ich weiß auch nicht, wie das immer passiert. So. Ah, ich gehe pennen. Okay, dann ciao. Äh, Jürgen. Ich weiß nicht, wie ich dich nennen soll. So. Ne, das ist es nicht. Kosinato muss anfangen. Ja. Ich habe schon vorgeschlagen, ob er Freitag kann. Ich werde dann nochmal auf Insta schreiben. Denke ich. Ah, das ist Shopping. Hä, wo ist denn jetzt der? Der war doch gerade im Stream. Ja, aber der ist jetzt weg. Deswegen, er hat nicht mal geantwortet, ob er Freitag oder Samstag kann. Das ist das Ding. So, wir waren jetzt hier. Ah, hier. Okay. Was entschannend hier zuerst? Vielleicht hast du mal das? Explosionsschutz. Na gut. Verkauf mal mehr Farbstoff. Ja. Äh, will ich, aber da muss ich auch erstmal zum Farben kommen. Nicht, dass wir mein Equipment haben. Weil sonst macht es nicht so viel Sinn. Zum Beispiel wäre es auch gut, eine Schalkerbox zu haben und sowas. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich den ganzen Farbstoff farmen soll. Ist halt nicht so easy. Aber man braucht erst mal Unmengen, um überhaupt was verkaufen zu können. Was ist lustig. Ich mach gerade einen Superball-Stream. Hä? Wie? Ach, äh, stimmt. Ist jetzt hier Superball wieder, oder was? Oder fällt das nicht dies Jahr aus? Einfach ganzes Stadion voll. Hä? Echt? Wie? Als ob die das machen. Also ich krieg davon halt sowieso null mit. Ich hab kein Jahr irgendwie Superball verfolgt. In irgendeiner Weise. Und, äh. Hä, sind ja wirklich dieses Jahr 100.000 Menschen im Stadion. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, ne, hier springe ich nicht. Das ist zu risky. Oh. Ja, gut. Doch, Hälfte. Hä? Als ob. Da passen dann 200.000 rein. Ja, trotzdem. Die können doch keinen Abstand halten und alles. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Vor allem sonst hab ich ja wenigstens mal ein bisschen was davon gelesen. Auf Twitter oder so. Und dies Jahr gar nicht. Also ich glaub nicht, dass das irgendwie stattfindet. Heroes Folge 2 wird kommen. Ähm. So. Na, ich freu mich schon auf Heroes Folge 2. Oder The City 2. Ich glaub The City 2 kommt wesentlich eher in der Folge. Das Modpack ist simpel, echt. Loh, als ob. Also es ist nicht so viel Technik oder was. Nur aus Seetang. Kabel nur aus Eisen. Oh. Okay. Brauchst du nicht so viele Zwischenschritte. Das ist natürlich auch mal gut. Weil meistens ist es bei Modpacks viel zu kompliziert. Du brauchst 200 Millionen Crafting-Rezepte, um ein Item zu kriegen, was du halt wieder brauchst für was anderes. Und ja. Also viel Technik, aber leichte Crafting. Okay. Na, da gab's schon mal ein Modpack, was so war. Welches war denn das? War das nicht Create? Das ging auch schon in die Richtung. Dass es nicht so schwer ist. Dass es eher so eine Erweiterung für Vanilla ist. Ich glaub der Trend geht in die Richtung. Dass man immer mehr versucht Vanilla, äh, diesen Stil beizubehalten. In den Grundzügen. Weil man wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass diese krassen Technik Modpacks für viele Leute nicht sind. Für viele Minecraft Spieler. So. Scheiße. So. Ey. Wo bist du gestorben? Mach das mal aus mit Direkt Respawn. Achso. Das ist drin. Neulich hat es doch nicht geklappt. Ähm. Falls. So. Und farme ich eigentlich Holz. Vor allem jetzt muss ich diesen scheiß Baum abbauen. Leute. Holst du ja auch die Level wieder. Aber wenn ich das in Snow Village mache, geht's nicht. Hier spielt eh keiner mehr. Hä? Ja in Snow Village hat auch keiner mehr. Na gut doch. Ne das war am 5.12. Okay. Da lief das Projekt noch länger. Ja und keine Sorge. Ich weiß die. Ich weiß das Datum, weil ich vorhin geguckt habe nach den ganzen Aufnahmen, die ich gemacht habe. Da habe ich mich mal orientiert, wie viele Folgen ich rauskriege und. Ja. Da sieht man halt immer die Aufnahmedaten. So. Niemand wollte wissen. Hä? Na und? Ich habe es einfach nur so gesagt. Ne es ging ja darum, äh. Ob da noch jemand gespielt hat an dem Tag. Und weil das erst eine Woche nach Projektstadt war. Wollte ich damit sagen, äh. Waren da schon noch Leute aktiv. Also aktiver als kurz vor Ende oder so. Weil ich dachte erst irgendwie, das war zum Finale. Aber war es doch nicht. Das wollte ich nur damit sagen. Und deswegen war das schon relativ relevant. So. Okay, ich brauche was zu essen. Ah hier. Sims 2. Boy 3, hä? Warte mal. Ah, das ist dein Lieblingsprojekt, oder was? Aber heute 3 gibt es erst eine Folge, oder? Ach so. Hä? Sims, äh. Kriegt wohl keine Folgen mehr, oder was? Ah doch. Ja klar, ich habe wieder größer als und kleiner als verwechselt, ey. Pff. Woid 3 bleibt bei einer Folge, hä? Warum? Das ist doch ein geiles Projekt. Obwohl es mit Skyfactory 3 ist, ich habe einen Fehler gemacht. Hm. Also ich war heute ziemlich produktiv, muss ich sagen. Da macht mir sowas auch mal Spaß. Ich habe für Sims Inselleben geholt. Ach so. Hm. Ist das nicht das mit dem Urlaub? So, sind jetzt alle Baumkronen weg. Julia. Ach die? Da war eine Hochzeit in Tiny, äh, in Sims. Ich dachte schon, von zwei anderen. Ja, genau. Ach, wir waren schon verheiratet. Oh, nee. Scheiße. Zu ein Chaos. Du bist sogar schwar... Nein. Oh, bitte. Ich wollte das nicht, dass so ein Scheiß kommt. Ich dachte, das geht nur mit dem Vampir-Ding. Mit dem, äh, mit der Erwanderung. Oh, scheiße. Es wär schon wieder gleich um eins, ey. Hab ich doch. Ja, ich dachte, du hast, äh, nur Inselleben. Vampire ist nice. Ach so, und Vampire, okay. Jetzt hab ich wenigstens 23 Kohle gefarmt. Nein, nicht Sigmaster, ey. Hä? Vor allem 2099. Okay, aber ich muss jetzt meinen Stream mal beenden. Da hinten ist ein Portal, alles klar. Da hab ich eine Orientierung. Hogwarts bauen. Die Folgen muss ich auch noch angucken. Ich kenn das noch gar nicht. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich Hogwarts ist. Hohen eher. Und da spielen ja irgendwie alle zusammen, ne? Ich bin immer noch bei den Craft-Hack-Folgen von Anfang Dezember. Ach, Mann. So. Okay, hier stell ich mich jetzt hin. Ich hör mir mal ein paar Schweine, damit ich die... ...mit ich ja nicht verhungere. Okay. Mal immer ein bisschen was gefarmt noch. Und mal Diamant-Items. Jetzt hab ich ja keinen Stein. Irgendwas ist immer. Aber wenigstens Eisen. So. Na toll. Okay. Zack. Ja, ich will das nicht roh essen, deswegen... Okay, ja, dann gehe ich jetzt schon mal auf und gleich esse ich noch was, damit ich ja nicht so tot rumstehe am Ende oder halb verhungert. Und demnächst, äh, ja, mache ich dann weiter. Dann jetzt schon mal ciao und bis zum nächsten Mal. So.